Ude, ich bin Jens Zimmermann. Ich mache soziale Politik für dich. Im Bundestag für Darmstadt-Dieburg, den Odenwald und den Landkreis Offenbach. Nicht nur in Krisenzeiten sehen wir, welche Herausforderungen wir als Gesellschaft noch zu bewältigen haben. Deshalb müssen wir investieren in unser Gesundheitssystem, in Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Als Chefaufklärer meiner Partei im Fall Wirecard konnte ich bereits einen großen Beitrag leisten, damit sich dieser Betrug nicht wiederholte. Als Vertreter der hessischen SPD-Bundestagsabgeordneten habe ich unser ganzes Land im Blick. Als digitalpolitischer Sprecher meiner Fraktion die Zukunft. Am liebsten bin ich aber natürlich bei uns zu Hause unterwegs. Es macht einfach Spaß, hier unterwegs zu sein, zuzuhören und Energie zu tanken und dann in Berlin für Südhessen zu kämpfen. Ich bin Jens Zimmermann. Ich mache soziale Politik für dich. Ich bin Jens Zimmermann. came buena 산 Blockchain. 묻 쉽bar aggiaggio.